Heute geht es um Verlaufanimation. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um eine Verlaufanimation mit JavaScript. Dazu nutzen wir eine kleine Library. Die ist ziemlich cool und damit kann man ziemlich einfach so Verläufe animieren. Was heißt, sie können einfach komplette Hintergrundverläufe erstellen und die animieren sich. Das Ganze ist ziemlich cool und echt leicht. Und ich habe es selbst in meiner Homepage genutzt, aber dann doch wieder verworfen, weil es irgendwie doch nicht gepasst hat. Aber ich finde das ziemlich cool und wollte es euch deswegen einfach mal zeigen. Wie gesagt, alles was ihr dazu braucht steht in der Videobeschreibung und los geht's! So und los geht's mit dem heutigen Video. Das erste was wir machen ist, wir gucken uns die Library an. Ich habe dieses Video so aufgebaut, dass ich selbst keine Ahnung habe, wie ich diese benutze. Und daher einfach mal an die Sache so herangehen möchte, wie ihr es eventuell mit anderen Frameworks tut. Einfach mal exemplarisch, dass man weiß, okay, wie benutze ich Framework im Allgemeinen. Das Video an sich weiß ich natürlich, um was es geht. Und zwar geht das um diese kleine Library. Sie ist wirklich winzig. Sie ist kleiner als 10kb, was für JavaScript-Libraries wirklich klein ist. Und absolut legitim, diese dann zu benutzen. Also es wird die Ladezeiten eurer Seite nicht ins Unendliche treiben. Jetzt überlege ich, okay, ich bin auf diese Seite gekommen. Ich habe das gefunden, was ich gesucht habe. Ich kann jetzt Verläufe animieren. Jetzt muss ich mir angucken, okay, wie funktioniert das Ganze? Dazu eignet sich immer, wenn man als erstes mal auf Examples klickt, um einfach mal zu gucken, was das Ganze macht. Examples sind eigentlich bei jeder Library verfügbar und stellen einfach ein paar Beispiele dar. Wir werden gleich dieses erste Basic Radiant Animation mal durchgehen, also das machen. Und wir können uns jetzt erstmal angucken, ob die Library das kann, was man auch von ihr erwartet. Zum Beispiel möchte ich nicht nur, ich möchte jetzt keinen linearen Verlauf, sondern ich möchte einen radikalen Verlauf. Und ja, es geht. Das heißt, die Library bietet schon mal die Funktion, die ich auch möchte. Aber kann ich die Ganze vielleicht auch customisen und im Vorfeld überlegen, mit anderen Effekten zu belegen? Wie hier zum Beispiel, man kann, wenn man das Ganze transparent macht, auch das Ganze über ein Bild legen, in verschiedenen Farben, um zum Beispiel so einen netten Effekt zu erzeugen. Man kann aber auch mit der Image Mask das Ganze nur auf einen Text, beziehungsweise wie hier auf ein Image runterrendern, was ich ja zum Beispiel auch in einem anderen Video schon mal gezeigt habe. Der Link dazu sollte jetzt hier irgendwo im Video einblenden und das ist nämlich cool. Das funktioniert also mit dieser Library auch. Und dazu kommt, ich habe im Verhältnis zu CSS-Animation noch den Vorteil, ich kann das Ganze mit Klicks versehen. Was heißt, ich kann mich hier so ein bisschen durch die Gegend klicken und damit das Ganze beeinflussen. Das kann ich bei CSS-Animation nicht. Und das ist ein großer Vorteil dieser Library. Und hier drunter steht natürlich auch immer genau, wie das Ganze funktioniert. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Was heißt, wir wollen jetzt das erstmal nachbauen. Was heißt, als erstes müssen wir irgendwie an die Library kommen und hier oben steht ja schon Download. Was heißt, wir klicken da einfach mal drauf und kommen hier hin. Wenn ich das Ganze jetzt download, das habe ich schon gemacht, weil mein Internet nicht so gut ist, dann habe ich hier einen kleinen Pfeil. Und wenn ich hier auf Dist gehe, habe ich die beiden Libraries. Einmal die Min, also die komprimierte Datei und die Grandom, also die normale JS-Datei. Das Ganze habe ich im Vorfeld natürlich auch schon mal in mein Verzeichnis gepackt. Das Ganze könnt ihr natürlich online immer nachgucken, wobei ich halt sagen muss, wir bauen in diesem Fall jetzt einfach nur, gehen wir mal zurück, diese Basic Gradient nach. Also wir werden genau diesen Code benutzen und mit diesem Code etwas rumspielen. Das heißt, ich wollte das hier wirklich exemplarisch durchmachen, dass man mal sieht, wie man an die Sache, an eine neue Library herangeht. Weil sowas passiert euch regelmäßig und im Normalfall bei jedem neuen Projekt schließt ihr neue kleine Mini-Libraries ein. Einfach weil man Zeit sparen muss und wenn Sachen schon existieren, dann sollte man diese auch nehmen, wenn sie den Ansprüchen genügen im Prinzip. Das ist unsere Index-HTML und eine Layout-CSS. Ups, das muss raus. Und hier habe ich eigentlich noch nichts vorgenommen, einfach nur ein bisschen den Body und HTML gestylt. Das hier ist Google Analytics, das muss euch nicht weiter stören. Das liegt einfach daran, dass ich erfassen möchte, wie oft diese Sachen hier aufgerufen werden. Deswegen benutze ich ja Google Analytics und hier habe ich sonst nur ein Style Sheet, also ein CSS verlinkt und die Schrift, die ich benutze, einfach weil es besser aussieht, wenn man eine Schrift rein macht. Jetzt müssen wir gucken, okay, wie funktioniert das Ganze? Der HTML-Teil sieht vor, oh, wir haben ein HTML5 Canvas Attribut. Das Ganze kopieren wir uns jetzt einfach mal und stecken es hier rein. Das heißt, okay, wir haben jetzt schon mal den HTML-Part dieses Effekts hier oben. Was steht bei CSS? Okay, wir stylen dieses Canvas-Attribut und das kopieren wir uns jetzt auch einfach mal hier rein. So, jetzt haben wir schon mal HTML und CSS und das ist schon mal was. Zack, und jetzt ist weiß. Das heißt, wir haben hier einfach noch nichts. Das heißt, irgendwie fehlt noch unsere Library. Und diese Library habe ich ja hier einmal als JS, aber ich muss sie auch irgendwo einbinden. Was heißt, ich habe sie ja noch gar nicht verlinkt. Ich habe sie zwar hier drin, aber ich habe sie noch nicht verlinkt. Und jetzt kommt hier der entscheidende Punkt. Wir verlinken unsere Library. Das machen ganz viele vergessen das, weil da, wenn ich den E-Mails nicht kriege oder bei den Kommentaren unter den Videos, ist ganz oft Verlinkungsfehler im Prinzip sind das Problem. Wir schreiben jetzt hier zum Beispiel einfach Skript, SRC und verlinken unsere Datei. Was heißt, wir sagen, wir sind jetzt hier auf Index und klicken jetzt hier ganz einfach auf JS. Okay, wir gehen ins JS-Verzeichnis rein, sagen Slash und sagen hier granham.min.js und speichern das Ganze. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, passiert aber noch nichts. Und warum passiert noch nichts? Weil ich keine Funktion gestartet habe. Das heißt, das hier fehlt noch. Aber ich kann ja schon mal kontrollieren und das ist immer ein kleiner Schritt, der gar nicht so schlecht ist. Man öffnet sich diese min-Datei mal und sieht hier kuddelmuddel und das interessiert einen gar nicht. Man schreibt hier drüber einfach mal alert und sagt test. Macht da eine ganze Raute zu, speichert das Ganze und aktualisiert mal. Und ihr seht, ich aktualisiere, aber es passiert nichts. Das heißt, irgendwo muss hier ein kleiner Fehler liegen. Was heißt, ich habe hier zwar was reingegeben und hier ist auch schon der kleine Fehler und zwar ist da ein n. Weil wenn der Fehler nicht da gewesen wäre und ich jetzt aktualisiere, kommt die alert-Meldung. Was heißt, man weiß schon mal ganz sicher, okay, die Datei wird fehlerfrei geladen. Das ist mal ein ganz netter Test, um zum Beispiel Fehler zu suchen, ob eine Datei richtig verlinkt wurde. Was heißt, wir wissen jetzt, okay, unsere Datei wurde richtig verlinkt. Wir haben den CSS-Part drin, wir haben den HTML-Part drin mit diesem Canvas-Attribut hier unten und schreiben jetzt hier drunter, ganz wichtig ist unter dem Einbinden der Library, schreiben wir nochmal ein Script-Tag und machen jetzt keine extra neue Datei, sondern kopieren uns jetzt praktisch von der Example-Page einfach diesen Code hier rein. Das heißt, zack, wir haben es jetzt hier reinkopiert. Und das Ganze ist ziemlich gut aufgebaut, was hier drin steht, muss ich sagen. Wir haben eine Variable, in der wird die Granham-Instanz gespeichert. Was heißt, wir sagen, ein New Granham. Wir können ganz viele davon erstellen. Das sehen wir auch hier unten, wenn wir ein bisschen runterscrollen, haben wir jetzt 1, aber wir können jetzt hier auch 5 machen, also wir können ganz viele von diesen Funktionen aufrufen mit verschiedenen Attributen. Wenn ich das Ganze jetzt einfach mal abspeichere, sollte sich jetzt schon mal hier irgendwas tun, aber es tut sich irgendwie noch nichts. Und warum tut sich nichts? Das müssen wir jetzt mal eben kontrollieren. Wir haben, ah, wir müssen das natürlich nicht machen, wir müssen das hier drunter machen, weil sonst kann dieses Element, diese ID nicht finden. Das heißt, wenn wir das jetzt aktualisieren, haben wir den Verlauf geschafft und es funktioniert alles. Jetzt können wir natürlich gucken, okay, was können wir jetzt noch machen, außer das Zeug copy-pasten. Und jetzt kommen die API ins Spiel. Wir hatten ja schon vor einiger Zeit ein API-Video. Das hier ist, finde ich, ein bisschen falsch beschrieben, weil eine API ist eigentlich eine Schnittstelle mit einem Programm. Das heißt, wenn man auf Datenbanken zugreift und sowas, ich würde das hier nicht als API betiteln normalerweise, sondern als Attribute, die wir praktisch gegeben haben, um diesen Code zu beeinflussen, den wir durch die Library bekommen haben. Das heißt, das würde ich eher so als, wie kann man das sagen, wie heißt das noch auf Englisch? Dictionary, also irgendwie sowas, ich habe vergessen, wie das Wort heißt. Egal, auf jeden Fall, API ist hier ein bisschen zweideutig und hat eigentlich, soweit ich weiß, nichts mit der API zu tun, die wir letzte Woche mit Instagram, also vor einigen Wochen mit Instagram durchgegangen sind. So, jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir haben. Okay, wir haben Optionen, wir haben Optionen Stages und wir haben Callbacks. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wir können hier jetzt praktisch einfach schon mal ein bisschen was gucken. Hier sind schon mal ein paar Beispiele drin. Wir haben hier auch ein paar Methoden, um das Ganze zu kontrollieren. Wir können hier zum Beispiel die Instanz pausieren. Wir können sie starten, wir können sie löschen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Was heißt, wir können mit jQuery damit wunderbar interagieren. Wenn ich das Ganze jetzt mal in einem neuen Tab öffne und hier runterscrolle, sehen wir auch hier, wurde jQuery benutzt, um zum Beispiel neue Verläufe hinzuzufügen. Was heißt, wir haben ja hier Stages, verschiedene Bühnen im Prinzip mit verschiedenen Verläufen und Effekten und allem. Und das können wir hier ansprechen. Was heißt, das ist schon mal gar nicht schlecht, diese Methoden. Hier ist natürlich die Basic Configuration einfach mal als Beispiel, wie man das Ganze aufbauen könnte. Das ist für uns jetzt eher unwichtig, weil wir haben hier schon unser Basic im Prinzip und gucken jetzt einfach mal, okay, wir wollen jetzt, wir gehen jetzt einfach mal durch, was die Sachen haben. Okay, wir haben hier ein Element. Und okay, das macht Sinn. Wir müssen hier irgendwo sagen, wo die Animation stattfinden soll. Und das passiert in dem Objekt mit der ID. Was heißt, funktioniert wunderbar. Man muss dazu sagen, das funktioniert nur mit einem Canvas-Objekt. Also wir können jetzt nicht einfach ein Diff-Objekt nehmen. Wenn ich das Ganze jetzt drauflege, einfach zu einem Diff-Objekt mache und das Ganze abspeichere, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Was heißt, wir brauchen immer ein Canvas-Attribut mit einer ID. Also ein Canvas-Objekt mit einer ID. Daneben können wir sagen, wir haben hier verschiedene Gradienten. Was heißt, wir können verschiedene, also diese ganze Funktion kopieren und auf verschiedene Objekte legen. Müssen wir nur dafür sorgen, dass das hier einen anderen Wert hat. Das steht auch hier. Was heißt, wir haben hier einen Namen. Dann können wir sagen, ob eine Klasse gesetzt werden soll, die zum Beispiel alles umfasst. In unserem Fall ist das auf Fault. Was heißt, es wird automatisch auf den Body gelegt. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel auch in das Objekt hineingehe, sehen wir, dass hier Light, Dark und das verändert sich die ganze Zeit. Was heißt, das ist so ein umfassender Container, der alle Sachen mit sich bringt. Wir haben hier natürlich noch Direction. Was heißt, wir können Left, Right, Bottom, Top. Wir können jetzt hier einfach mal sagen Radial. Wir gehen jetzt hier einfach mal rein und hier sagt Left, Right. Wollen wir nicht. Wir wollen jetzt Radial und speichern das Ganze und guck mal, oh, es funktioniert. Es kommt jetzt aus der Mitte hinaus und damit können wir schon mal was anfangen. Das heißt, wir können jetzt schon mal ziemlich einfach die Richtung beeinflussen. Hier können wir sagen, wenn das pausiert, also es pausiert, sobald es nicht mehr sichtbar ist. Das Ganze ist ziemlich nice, weil so werden zum Beispiel bei mobilen Anwendungen nicht unnötig die Akkus strapaziert, indem man unnötig viel Rechenleistung braucht, obwohl man gerade gar nichts sieht. Das ist normal false. Was heißt, das sollen wir auf jeden Fall einsetzen. In dem Fall kopieren wir uns jetzt diesen Befehl hier einfach mal raus. Und, oh, es steht hier sogar schon drin. Is not in view und sagen true. Was heißt, steht hier auch, ist ein Boolean. Jetzt können wir sagen, okay, wie Deckkraft, also wie viel Deckkraft ist gegeben. Und hier können wir zum Beispiel sagen, dass wir das Ganze animieren. Von 1 zu 0,5 und sowas. Also wir können die Opacity beeinflussen. In unserem Fall ist das von 1 zu 1. Wollen wir mal nicht. Wir sagen jetzt mal von 1 zu 0,1. Das heißt, es wird jetzt sehr, sehr, sehr schwach. Jedes Mal, wenn wir animieren, wird es von schwach wieder zu stark. Wir machen es mal wieder zu 1. Sieht besser aus. Das nächste, was wir haben, ist die Full State. Was heißt, mit welchem dieser Stages er normalerweise anfängt. In diesem Fall ist es einfach das erste. Die Full Stages. Im Prinzip ist das hier einfach schon drin. Wir können jetzt, wie gesagt, hiervon ganz viele erzeugen. Wie auch hier unten. Verschiedene, die wir zum Beispiel mit einem Click Event ansprechen. Hier drin können wir natürlich jetzt noch sagen, welche Verläufe wir haben. Das wird ziemlich einfach sichtbar. Hier sind Hexadezimal Codes drin. Die können wir natürlich beeinflussen. Wir können jetzt auch sagen, diese drei löschen wir jetzt hier raus. Speichern das Ganze ab, animieren das. Und es ist nur noch ein Wechsel. Also es ist nur noch ein Verlauf zwischen diesen beiden. Und es passiert nichts weiter. Das ist ein bisschen langweilig, aber man kann daran nichts verändern. So, das nächste Mal. Wir können jetzt sagen, wir können das Ganze noch lupen lassen. Wir können hier natürlich den Speed einstellen. Das heißt, wenn ich hier drunter sage, ich möchte jetzt den Speed einstellen, den ich hier zum Beispiel unten gucke. Wir haben hier Loop und Transition Speed. Wir sagen jetzt hier einfach mal, das mache ich wieder rückgängig, dass wir ein paar mehr haben. Und sage jetzt hier einfach, zack, Loop und Transition Speed. Sagen wir hier okay. Ups, das war falsch. Was habe ich da falsch gemacht? Hier fehlt eine geschweifte Klammer. Das ist der Fehler. Was hier ist, hier geht sie auf. Und hier unten irgendwo muss ich auch wieder zugehen. So, jetzt habe ich hier mein Leerzeichen rein. So, wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, sollte das hier normal wieder funktionieren. Das funktioniert irgendwie nicht. Warum nicht? Gucken wir mal hier, was ich falsch gemacht habe. Wir haben hier ein, das ist drin, das ist drin. Das sollte jetzt eigentlich wunderbar funktionieren. Aber irgendwo ist hier noch ein kleiner Fehler. Ah, hier ist eine Klammer zu viel, natürlich. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, jetzt sollte es jetzt funktionieren. So, und es funktioniert wunderbar. Die Animationen verläuft jetzt in 5. Wir machen das Ganze mal richtig schnell. 500 Millisekunden pro Animation. Jetzt ist man so ein bisschen auf LSD irgendwie. Aber das Ganze, wie gesagt, können wir ziemlich einfach einflussen. Wir können jetzt auch sagen, wollen wir das Ganze lupen? Nö. Das heißt, wir sagen hier einfach false. Dann lupet das Ganze nicht durch und hält irgendwann einfach an. Das Ganze steht auch hier oben. Wenn man zum Beispiel bei Loop guckt, steht hier, by default ist es true. Aber wir können mit boolean, also true oder false, das Ganze beeinflussen. Und so kann man sich eigentlich Stück für Stück an solche APIs, beziehungsweise APIs sage ich schon, an solche Frameworks heranarbeiten. Und das funktioniert mit jedem so. Also das ist jetzt ein sehr kleines, wie ihr seht, ist die, ja, ist schon überschaubar, wie viele Befehle wir haben. Aber es gibt natürlich auch Frameworks, die deutlich mehr Befehle mit sich bringen, wie zum Beispiel Jack Query oder andere große, die deutlich mehr Funktionen mit sich bringen. Das Ganze war es aber schon und wir können das Ganze jetzt wunderbar nutzen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Nächste Woche geht es weiter mit einem neuen Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar irgendwo unten im Video, also unter dem Video. Und wenn ihr Fragen, Probleme, Anregungen oder sowas habt für neue Videos, dann schreibt mir einfach auf Twitter. Dort antworte ich im Regelfall ziemlich schnell. Wie gesagt, der E-Mail-Support ist leider eingestellt worden von mir. Ich schaffe es neben der These, neben Freelancer und neben YouTube einfach nicht noch Dutzende E-Mails pro Woche zu beantworten, wo ich jedes Mal eine halbe Stunde für brauche. Deswegen entschuldigt bitte darum, aber viel Spaß bei allen Videos, die noch kommen und bis nächste Woche. Ciao!